Da geht es mit einer neuen Folge Star Wars Battle on the Front mit Quantum, der heute Staub frisst in der Wüste. Ja, hallo meine kleinen... Kleinen was? Warum, warum, warum? Okay, ich hab Staub gefressen. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, die Wüste, die Wüste. Hat's dir gemundet. Oh, hier sind aber wirklich total die elitären Gegner, also Ultra-Elite-Gegner, die krasse Sachen können. Aber wir verteidigen heute. Wir verteidigen heute richtig gut. Toll, du hast meine Rakete gefangen. Hast du gut gemacht, Quantum. Was? Ich bin stolz auf dich. Hat dir mal wieder meine Rakete gefangen. Guck mal hier, ich setze hier ein Geschütz hin und dann halte ich einfach hier die Stellung am Geschütz. Mit einem kleinen Schutzschild gegen Staub. Wieso muss das noch? Das ist ein eigener, sorry. Und jetzt kommen natürlich keine Gegner. Ich sehe auch gerade niemanden. Ah, Mist. AT-AT ist besetzt. Du bist schon wieder auf die Maschinen aus. Nein, nein, nein. Ich kann ja gar nicht. Ich bin doch ein Rebellen, aber da ist jemand drin. Normalerweise sind die ja leer. Ja, hallo. Gegner. Oh, shit. Der AT-AT hört mich. Y-Wing? Aber war ich doch so geschützt hinterm Stein. Nein. Ich habe einen Gegner gesehen. Aber niemand will hier das Uplink deaktivieren. Ich mache hier eine ganz ruhige Nummer. Okay, der Weg, den ich laufe, ist nicht gut. Hier gibt es zu viele Explosions. Au, au, au. Ich muss irgendwas einsammeln. Ich muss irgendwas einsammeln. Haben wir hier gar nichts? Haben wir Gegner? Oh, hier drüben. Hier drüben will ich hin. Komm schon, komm schon. Ich habe einen Droiden. Kleiner Sack. Hier. Go, Droide. Go. Boah, ich brauche so dringend einen Chatbag. Oh, hier ist Boba. Hier ist Boba. Ich aktiviere. Ich aktiviere. Gut. Ich verteidige. Ich verteidige. Ich sehe dich da hinten. Ja, ich bin hier. Boba, komm zu dir. Oh, das ist Luke. Okay. Ich bin angeschossen. Der ist fast tot. Oh, verwundet. Kommt schon, Leute. Ein Kopfgeldjäger weniger. Und assist. Kommt schon, Leute. Ja, ich verteidige bis zum Schluss. I am the man. Ich halte hier die Stellung auch bis zum bitteren Ende. Oh, ich konnte nicht mehr ausweichen. Achso, das war ein Thermaldetonator. Alles klar. Sheet. Sheet. HTST. What the fuck? Was war denn das hier eben gerade? Warum? Die Sachen spawnen nicht immer gleich, oder? Die campen doch wirklich. Die Sachen spawnen immer an der gleichen Stelle, ja. Und hier der Bonus. Weggeklaut. Oh, wo kommen die Explosions her? Jesus Christ. Hier ist noch einer. Komm schon. Nicht orbital. No, no, no. Oh, attackieren? Gut. Alles klar. Ich bin dran. Ja, ich hab' noch ne. Ups, war fair, war gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Und ich bin tot. Oh, da hinten war einer. Aber ich hab' gut Schaden gemacht. Haben wir irgendwas hier? Irgendwas, wo ich mich mit ausrüsten kann? Nein. Ey, der eine ist schon über die Hälfte down. Wow, wow. 30 Prozent. Oh, shit, da ist ein AT-ST daneben. Oh, fuck. Der nimmt gut Schaden, aber ich bekomme irgendwie keine Points. Jetzt. Jetzt bekomme ich wieder ein bisschen. Oh, wir kriegen den. Den hier drüben kriegen wir. Oh, da ist er, da nehmen wir uns. Oh, no. Vier. Zwo. Ah, hinter mir war einer. Egal. Okay, einer ist weg, ja. Egal, wir haben ihn zerlegt. Darum geht's doch in dem Spiel. Easy peasy. Darum geht's doch. Darum reden wir doch alle. Ist der noch immer zum Angreifen? Wahnsinn. Ja, 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 ja. Wir können draufhalten. Halt drauf. Wer schießt mich an? Fuck, 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 fuck. Oh, shit, hier ist Boba neben mir. Oh, ich bin tot. Ich seh' ihn. Der hat noch 91. No, ich bin auch tot. Ja, das. Und es war nicht mal Boba, der mich getötet hat. Da war irgendwie noch einer irgendwo hinten. Okay, wir müssen aktivieren. Können wir den immer noch angreifen? Nee. Okay. Activation time. Also, ich denke, das Ding gewinnen wir. Ich töte zwar keine Gegner, aber ich habe trotzdem irgendwas gemacht, dass unser Team zum Sieg führen wird. Wo ist denn hier das zum... Achso, das ist auch aktiviert. Okay. Ich habe ein Orbital. Oh, nice. Commander Skywalker wird uns unterstützen. Ja, danke, Commander. Yes, ich habe Boba getötet. True Hero. Das war seine letzte Kopfgeldjagd, sagt er noch ganz cool und lässig. Nein, ich bin schon wieder in der Konsole. Nein. Was tust du in der Konsole? Aber egal, ich habe ein Orbital-Strike. Oh, shit. Das heißt, beim nächsten Mal... Achso, das war... Oh mein Gott. Beim nächsten Mal, ja, zerlegen wir das Ding. Ich... Ich... Ich spare mir den Strike. Ich verteidige hier. Und ich rutsche nach unten. Hier kommt niemand rein. Das ist okay. Wow, 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 wow. Ich bin beinahe tot. Ich verteidige da vorne. What the... Meine Güte, von allen Seiten wieder. Die andere wird, glaube ich, jetzt deaktiviert. Wow, obwohl... Jetzt... What? Schaut einmal kurz ums Eck und trifft mich. Das ist doch zum... Okay. Wie aktivieren? Ist was nicht aktiviert? Was macht... Ja. Why not? We need the activation. Komm, schon. Wieder ein Assist. Ich mache einfach zu viele Assists. Oh, fuck. Da stehen ja welche bei dem fucking Uplink. Ey, komm schon. Gib dem Mann mal hier einen Kill. Och, schon wieder ein Assist. Was ist da los? Kann ja wohl nicht sein. Ja, ein Kill. Oh, hinter mir ist auch noch einer. Schon wieder. Komm, schon, komm, schon, komm, schon. Okay, aktiviert. Da ist noch einer. Ich freue mich schon so dermaßen auf den Orbital-Strike. Wenn der kommt und alle alt aussehen. Damit rechnet niemand. Dass der alte Kies... Wir müssen ihn reaktivieren. Das ist ein Versprechen. Noch ein Orbital hat. Was war denn das für Explosions hier gerade? Keine Ahnung. Irgendein Fighter. Fighter from the past. Ey, ich habe das noch aktiviert. Jetzt ist es schon wieder deaktiviert. In the zone. Okay, attraktiere jetzt. Mach dein Ding. Ja, Moment. Oh, fuck. Da kommen alle zu dem Uplink gerade. Shit. Nein. Ja. Der müsste sitzen. Ja, komm. Wo bleibt der denn? Ja, wo ist denn mein Orbital? Ja, wo ist denn denn? Ja, keine Ahnung. Ich habe ihn aktiviert. Er hat nicht funktioniert. Die haben mich um ein Orbital betrogen. What the fuck? Habe ich irgendwas? Ich habe den... Ey, Quantum. Ich habe den aktiviert. Ich habe Orbital gestriked. Das... Ja. Die haben mich betrogen. Das war eiskalt, eine Fehlzündung. Shit. Jetzt ist er wieder deaktiviert. Ich habe den aktiviert. Ich habe... Ey. Der Strike ist weg, ja. Und ich habe genau auf ihn drauf gezielt. Das war alles korrekt und... Oh, dieser scheiß Schutz-Shit. Fuck. Warum hat der nicht funktioniert? Warum? Ja, du hast das DLC noch nicht. Muss ich da irgendwie noch 5 Euro an EA überweisen? Mindestens. Das Orbital-Strike DLC. Boah. Ich habe es vergessen. Ich bin tot. A, T, S, T. Ja. Ich habe ihn gesehen und bin gestorben. Das war schön. Ich brauche die 999. Okay, ich verteidige jetzt. Welcher Feind erfasst mich? What? Ganz stur wird hier verteidigt. Guck mal, hier oben kämmt einer. Ist auch mies. Na, ich bleib' hier. Da hinten ist Boba. Boba Fett! Schießt ihn! Wenn der Schütz zerstört. Ich habe eine Idee. Moment, erstmal brauche ich den Kram. Was los? Nichts. Das ist eine Idee. What? Wollt du mir jemanden? Jetzt kommt niemand zum... Hinten, hinten rennt einer rum. Ach, der ist down. Vielleicht da oben drauf. Vielleicht gehen die alle da oben hin. Wer schießt auf mich? Oh, shit. Wo? Habe ich nicht mal einen, den das siehst? Oh, fuck. Was ist hier los? Ich sehe niemanden. Wir müssen was anderes aktivieren. Ja, aber dann kommen die und nehmen das hier wieder weg. Yes, Rakete rein. Ich verteidige jetzt. Obwohl, das andere Ding ist ja direkt hier ums Eck. Ja. Neh, mal so hin. Ich ehe. Hey. Deckung. Oh, shit. Ab. Die andere Seite. Ich schau mal da. Nö, da ist alles clean. Das ist eine ganz merkwürdige Runde. Orbital Strikes zählen nicht. Gegner wollen hier gar nicht wirklich angreifen. Ich weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ich verteidige jetzt hier. Und ich habe das Gefühl, die gewinnen das Ding. Auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise. Ja, wenn wir das jetzt nicht... Oh, fuck. Jetzt kommt Boba zum Ablenk. Wo wir gerade waren. Boah. Und ich bin tot. Komm schon, Luke. Räche mich. Räche meinen Tod. Ah, danke. Shit. Wir bräuchten doch nur einmal noch... Vielleicht angreifen. Nein, das... Gibt's doch nicht, oder? Ach, komm schon. Ja, ich trauere immer noch meinem Orbital nach. Also... Jetzt wird der andere wieder deaktiviert, oder was? Also, ich verteidige den einen. What? Oh, nein. Wenn einer direkt neben dich... ...nach vorne geht oder zur Seite geht... ...und die Granate donnert genau an dich ran... ...dann war's das. Das war ein schöner Tod. Fuck. Wow, 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 wow. Wow, wie viele sind denn hier drin? Wir kriegen nicht diesen einen fucking Ding noch, oder? Zu kotzen. Wow, von wo werde ich denn jetzt? Ja, super. Und wieder aktiv... Es hat sich erledigt. Wir verlieren. What? What? Wo kommt denn... ...der mal scheiße her? Ja, ich hasse die Wüste. Die Wüste ist scheiße. Nie, da mit der Wüste. Warum hat der das überlebt? Von wo schießen die alle? Er hat eine Granate genau... Oh, 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 oh. Es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Ich werde mich jetzt transformieren zu Han-fucking-Solo. Jo, was geht, Alter? AT, AT. Meine Güte. Jetzt gehe ich da unten rein und verteidige wie ein Weltmeister. Wo sind die Gegner? Ich bin Han-Solo. Ich spawne und sterbe hier. Ich kriege... ...die absolute Kotzerei hier. Ich bekomme sogar jetzt noch fucking Assists. Ich bin tot. Thermal-Detonator. Raketen. Raketen. Ich kann nicht mehr. Hinter uns. Vor uns. Wo? Wo? Links, rechts. Oh, shit. What the... Boah. Oh, die sind überall. Die sind wirklich überall. Oh mein Gott. Krieg ihr nur auf die Nüsse hier in dem Spiel. Alter, das tut ihr richtig weh hier wieder. Das tut richtig weh, ja. Ja, gute Arbeit. Ja, wunderbar. Echt super gemacht. Au. Boah. Ich gehe hier einmal raus und... ...als würden sie es ahnen. Ja, jetzt kommt Han Solo. Oh mein Gott. Jetzt sind alle... 40.000 Leute sind beim Ablenk. Das gibt's ja nicht. Achso, das war ein Hand. Boba. Okay. Ja, wir können, wir können, wir können, wir können, wir können. Ich gehe mit Han Solo drauf. Kommt schon, der ist bei 30. Ich bin wieder bei... Vor Boba gespawnt. Kommt schon. 12, 7. Han Solo-Bonus. Yes. Halleluja. Der Han Solo-Bonus. Boah, das war knapp. Ja, leck mich ja mal. Oh, shit. 8, 12. Nichts gerissen. Aber der Han Solo-Bonus am Ende. Das war eine Tortur. Das war echt eine Tortur. Oh mein Gott. Ich glaube, jetzt muss ich erst mal mich zurückziehen und wochenlang meine Kräfte stehlen. Stehlen? Bis ich das wieder machen kann. Stehlen. Stehlern? Stehlern? Echt? Ah, siehst du, die Wüste hat mich total verstrahlt. Ich sag schon stehlen. Ich glaube, meine eigene Kraft. Stehlern. Ja. Ich muss meine Kräfte stehlern. Ah, ich hasse die Wüste. Gut genug. Deswegen, auf Wiedersehen und Stehlern. Tschüss. Tschüss.